Hallo liebe Freunde und Herzen, willkommen auf dem zweiten Kanal. Hier gibt es heute wieder Highlights aus den Twitch-Livestreams. Ihr könnt auch gerne mal live dabei sein, wenn ihr darauf Bock habt. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem Video. Das ist ein Gegner, Gegner, Gegner. Angriff, Angriff, Angriff. Bionics Angriff. Er läuft einfach auf mich zu. Okay, ich hab nicht getroffen. Absolut wunderschön. Ist so, ne? So, zack, wo ist er? Ey, der hat einfach komplett Metallrüstung. Hat er nen Ledgun? Der hat irgendwas. Ne, nen Shotgun. Okay, hä, der war irgendwie schnell tot dafür, dass er so gut geht. Was war das denn? Oh, ist das ein Bär? Oh, Bär ist schon widerlich. Bär läuft auch straight auf mich zu. Ne, doch nicht. Hä? Vielleicht könnt ihr den sogar einfach beißen. Oh, der macht schon echt viel Schaden. Junge macht der viel Schaden. Warum macht Bär einfach 10.000 Schaden? Hä? Der wird mich einholen halt. Er rennt weg. Er rennt doch nicht weg. Er holt nur Anlauf. Ey, wie soll man den dann treffen? Er tötet mich. Oh nein, das war's. Das war ne kurze Runde. Kann ich nicht anders sagen. Obwohl, noch ist die nicht ganz vorbei. Hey, er holt mich einfach mit dem Speer. Warum? Hä? Junge, was war das denn für ein Flickshot? Hä? Ich bin different. Ich nehme den Bär auch mit von dem. Hä? Wo ist mein Pfeil hingegangen? Hä? Warum hielt der? Hä? Okay. Wo ist mein Bär? Hä? Von wo schießt einer da? Bär zieht durch. Oh, der tötet meinen Bär. Hä? Mein Bär ist abgedreht. Warum? Warum ist mein Bär abgedreht? Der hat einen Flammenwerfer. Oh no. Das ist halt echt nicht cool. Der wird einfach alles töten wahrscheinlich. Der hat sich den Bären gezähmt. Jetzt weine ich komplett. Jetzt könnte ich mich echt in den Schlaf weinen eigentlich. Ist das hier der Kanal mit dem erotischen Chat auf ganz Twitch? Im erotischsten? Ja. Durchaus, ja. Oh shit, ey. Oh, er hat nicht getroffen. Er ist so ein Lappen. Mit zwei sollte man schon ne Chance haben, oder? Er ist abgestiegen und hat mich angezündet. Ja, dann ist vorbei. Das war... Was ist mit ihm? Oh, ich hab ihn getroffen. Er ist ja... Oh, ich hab ihn nochmal getroffen. Ich weiß nicht, wo er ist. Aber ich kann ihn auch nicht markieren. Ich kann alles markieren, nur ihn nicht. Ich hab ihn nochmal getroffen. Oh, das ist halt nicht nice. Barry jetzt nicht. Ich hätte gern einen Barry, aber nicht jetzt. Ich hab ihn nochmal getroffen. Wie lebt er noch? Ich sterbe an dem scheiß Feuer, oder? Ey, Feuer ist so OP. Feuer ist so heftig. Oh mein Gott, nein! Warum? Nein, 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 nein. Tu's nicht. Ich hab ihn nochmal getroffen. Wie lebt er noch? Wie lebt er noch? Hä? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin nicht hier. Ich bin nicht hier. Ich bin nicht hier. So Ja, läuft gut hier Froschspieler einfach vor mir Das wäre tatsächlich mein Weg raus gewesen, ne? Ein Frosch Vielleicht 1000 Sarkos ist halt nicht so nice Er will echt meinen Booty, ne? Warum will er meinen Booty so sehr? Verpiss dich Hör auf jetzt Ich hole mir den Shotgun raus Ich hole mir den Shotgun raus Jetzt sofort Komm her Komm her, Froschmann Okay Besser ist es Besser ist es Du bist nicht sauer Ich bräuchte eigentlich ne Tasche Oh Gott, ich hab ihn getroffen Er hat echt gelootet in Ruhe Krasser Typ Ist da noch irgendwo ne Tasche? Nö Du bist sauer Warum bist du sauer? Ich zähm den Wisst ihr was? Ich level den Und schick den da drauf Einfach mal machen Wo ist der Typ, der zu Fuß unterwegs ist? Geh auf den Geh auf ihn Viel Spaß Attacke Ne da Oh, ich kann dich nicht anvisieren Scheiße Oder? Oder ihn? Guck mal, er jagt ihn schon heftig Oh shit Wo kommt er denn her? Guck mal Guck mal Guck mal Was hab ich nur getan? Guck mal Was hab ich nur getan? Guck mal Er ist so abgefuckt Er ist so abgefuckt Oh, er hat mein Thron dann genockt Warum? Oh mein Gott, ich hab mich echt getötet Ich kann's nicht glauben Oh mein Gott, ich hab Brüstung Oh mein Gott, ich hab Brüstung Hä? Wie bin ich wieder zurückgekommen gerade? Oh mein Gott Meine Augen tränen Ich bin so konzentriert Der hat auch gehabt gegen Den Frosch Anscheinend Ist der von einem Spieler besetzt, der Frosch? Anscheinend Verbrenne, Frosch Verbrenne Oh Mein Frosch, mein Frosch Mein Frosch Oder? Vielleicht? Das hab ich getroffen Ich weine Okay 137 damage Das ist ja gar nicht so bad Ich lecke ihn einfach die ganze Zeit an Bis er tot ist Das ist schwerer als erwartet Ach, als ob ich immer noch in der Zone bin Oh shit Das ist nicht so cool Hä? Wie lebt der denn noch? Ich verstehe es nicht Wie zum Teufel? Oh mein Gott Hä? Was passiert hier? Ich muss raus Ich muss raus Ich weiß nicht wie Aber ich gewinne Im Moment Sehr viel Ich weiß nicht Ich bin so Ruhig geworden im Endgame Und das macht so einen Unterschied Das macht so einen Unterschied Ich bin einfach am chillen im Endgame Ich stehe da in der Zone Werfe da chill ich meine Granaten Ey, es ist einfach easy Es ist einfach easy Sieg Einfach Sieg Ich bin einfach Ich bin einfach Ich bin einfach